Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele am heutigen Tag zusammen mit Maud Addo für Kanada. Hello. German Let's Play für die USA. Hello. Zombie ist nach seiner Doping-Sperre zurück für Mexiko. Ich fühle mich so schwach. Und nachdem ich euch in der letzten Folge mehr als enttäuscht habe, ist Bidizzle heute für Jamaica. 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 So läuft das. Ja, ich wurde verstoßen. Die Leute waren wirklich nicht nett zu mir. Dementsprechend gehen wir jetzt an sich in eine Disziplin, die für Jamaica eigentlich eine Königsdisziplin sein sollte. Die 100 Meter der Herren. Ursain Bolt. Jamaica. Okay, komm schon. Seid ihr bereit? Ja, da ist Jamaica. Ich bin auch bereit. Okay. Ich bin Kanada. Oh Gott. Oh mein Doping. Oh, du bist du gestartet. Gut, Jamaica. Gut, Jamaica. Gut, Jamaica. Wir schaffen das. Jamaica. Jamaica, Jamaica. Bums. Hallo. Ja. Warum warst du so schnell? Boom, Junge. Ich konnte nichts machen gegen dir. Nichts. Ich glaube, wir haben alle drei perfekt gedrückt die ganze Zeit. Ja, weil Jamaica. Ja, aber warum war er so schnell? Ja, ähm, ist ja erst mal gestartet. Ich bin, jetzt können wir uns noch mal die Wiederholung angucken. Oh, es gibt keine Wiederholung. Nee, ich will das auch nicht sehen. Jamaika ist unfair. Nix, Jamaika ist unfair, Junge. Tja, erste Goldmedaille. Das hast du davon, Deutschland, dass du mich rausgeschmissen hast. Gold ist das, Gold. So, boah, gewischtig. Schau das Paluten jetzt auch gedopt. Ja. Ja. Jamaika hat den Direkt voll gepunkt. Ey, wir holen uns die Lappen aus Deutschland, dopen den Volk. So, ich hab ganz kurz etwas weggestellt. Oh, das muss auch weggestellt werden. Was denn? Ja, das sind die ganzen... Sein Doping. Hier ist auch noch die Dopingflasche. So, äh, gut. Dann fangen wir um. Alter, da bin ich. Boah, was bin ich denn für einer? Wo starten wir? Wir starten auf 180. Okay. Hab ich... Ich starte höher. Ich hab gar nichts, ich konnte gar nichts einstellen. Ja, hast du wohl weggedrückt. Na toll. Okay. Und? Erst mal die Muskeln anstrengen. Ja, das schaff ich locker. Ja, das war zwar nicht gerade, aber... Boah, das war ja mega easy. Ja, ja, das... Ja, 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 ja. Da muss ich mich an 0 anstrengen. Er schafft, er schafft. Ich bin der Hallerbeste. Oh, Zollme macht noch. Oh, nein, Zoll. Boah, du Betrüger. Du bist... Ich hab gesagt, ich mach höher. Und du hast ja auch 2 höher als 180. Das willst du von mir. Wow. Von Zollme 212. Wie haben wir denn unsere Zeit verschwendet? Okay, ich arbeite mich wieder langsam hoch. Wow. Ich werde alles für Jamaica geben. Hab ja erst mal mit dem leichten Gewicht angefangen. Ja, nicht kippen. Wir schaffen das. Wir schaffen das alles. Ich hab's nicht geschafft. Er schreit so. Okay. Langsam vorarbeiten. Maudado. Oh, Mist. Das ist einfach nicht Jamaikas Runde. Das ist einfach nicht das, was... Ich nehme jetzt das Höchste, was es gibt. Meine Muskeln sind halt echt. Ja, sorry. Ich kann ja wieder nicht runtergehen. Das schaff ich nicht. Okay. Netta! USA! USA! Okay. Oh Gott, der Ende war komplett schief. Warum kippt er da um? Ja, ah. Warum? Ja, man muss dann, glaube ich, nochmal danach Gas geben. Wenn die nicht komplett gerade sind, dann sieht man, dass man nochmal ausgleichen muss. Und A drücken muss. Aber mit welchen denn da? Mit A. Hä? Nee, nee, du musst dann nochmal A drücken. Während du das hältst. Mein hat auch aufgegeben können. Ja, aber... Ja, ja. Naja, immerhin pro so. Warte mal, aber können die das bestätigen? Also, das sah es zumindest so aus. Weil ich habe immer noch mal den A-Batram, währenddessen er gerade versucht, den richtig zu halten. Am Ende muss man A drücken. Nee, 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 wenn ihr zu schief seid. Wenn ihr zu schief seid, hatte ich das eben für eine Sekunde. Das können die Zuschauer auch gerne nochmal nachgucken. Man kann die Richtung nicht neu einstellen, oder? Nee, 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 nee. Du musst dann aber irgendwie ausgleichen. Und da war auf der rechten, weil meine rechte Seite war schief. Und deswegen hast du A gedrückt. Nee, und dann hätte man A drücken müssen, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sah so aus. Also, irgendwas war da auf jeden Fall. Liebe Zuschauer, checkt das vielleicht nochmal nach. Ja. So, äh, was muss man bei Freistil machen? Keine Ahnung. Schwimmen. Danke, Mexiko. Und nicht atmen vergessen. Ach, danke, Mexiko. Ich atme nicht. Bitte. Ich hab ein Herz, wenn ich wieder zurück bin. Ja, ich halte jetzt die Luft an, bis ich zurück bin. Ich tauche die Strecke. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Warum sag ich dir so schnell? Ich stehe es auch nicht ganz. Also? Okay, ich bin langsam. Oh! Nein, wie kann ich in der letzten Sekunde? Euer Weltrekord! Kanada. Hä, ich war so einfach hin. Weltrekord. Wir sind beide Erstfragen. Was? Krass. Ja, gleich schnell. Nice. Nice one. Alter, Maudano. Kanada hat eine Goldmedaille. Jawohl. Aber trotzdem noch nicht. Wie hat er das denn gemacht? Jamaika, das ist mein Land. Jamaika! USA. Vielleicht habe ich jetzt auch ein Rhythmusgefühl. Nee. Oh nein. Hör auf zu tanzen, bitte. Das war letzte Nacht schon peinlich. War die Kugel? Kugelstoßen. Das ist doch was für mich. Ach, das, was ich gar nicht kann. Danke. Diskus kannst du nicht. Ach so, danke. Wie hat das nochmal funktioniert? A drücken und dann nach oben? Ja. Ach so. Ah, ja. Okay, okay. Guter Winkel. Guter Winkel! Ich habe 17,76 leider. Ich habe über 20, aber es war nicht gut. Ich habe aber direkt Weltrekord. Nee, das ist nicht Weltrekord. Was? Ja, ihr holt mich doch eh. Ja, Mario, pass auf. So, komm schon. Und. Okay. Guter Winkel, guter Winkel. Oh ja, guter Winkel. Fliee! Äh, 33, oder was war perfekt? Oh, wirklich gut. 33, ja. Was? Ja, was war denn perfekt? Ich habe keine Ahnung. Als ob! Ich habe keine Ahnung. 23, 30, Manu. Aber ich bin Zweiter. Was ist denn hier los? Ja, anscheinend habe ich es mit den Kugeln raus. Ausnahmsweise. Das ist meine Disziplin. Hört doch auf zu dopen, Mann. Ey, wir können uns mal vorspielen. Ja, meine Kugel. Oh, das war schlecht. Oh Gott. Das war scheiße. Oh Gott. Ich bin da anzulieb enttäuschend. Ja, bei mir kommt auch schon wieder hier so. Ja, mein Arm ist ausgepowert. Ja. Ja. Ich bin da auch scheiße. Wie zur Hölle von Modato. Ich habe 35. Perfekter Winkel und von der Leiste. Ja, ich hatte auch perfekter Winkel. Ja, weil er wahrscheinlich... Es war perfekt gerade. Nee, die Leiste hat er wahrscheinlich schneller voll gefüllt, als du. Mit A-Spam. Wenn das auch drauf ankommt, dann ja. Bestimmt. Muss ja. Boah, was war das für ein schrecklicher Winkel. Oh, guter Winkel. Ja, habe ich auch nur. Alter, war das schlecht. Das bringt nichts, oder? Also, jetzt auf der letzte Wurst. Ich enttäusche mal lang einfach wieder. Das ist krank, ey. Als wenn jetzt ein Weltrekord nicht mal mehr reicht, um Herster zu werden. Was ist denn das für ein Beschiss? Ganz ehrlich. Wir stoßen es einfach zu einfach. Ja, ist das denn für ein Weltrekord dann? Ja, aber wenn ich das schaffe, dann muss es echt zu einfach sein. Oh Gott. Richtig, ja. Alter, ich mache vier zu spät. Ah, guter Winkel. Mit 33 kannst du auch fehlen. Ich habe auch 33. Dann geh doch nach Hause. Ja. Dann krab mal nicht mal 22. Ich habe zwar mal genau dasselbe geworfen, lol. Komm, 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 komm. Ja, geil, letzter. Danke, danke, Leute. Danke, ich bedanke euch. Danke. Aber keine kanadischen Freunde. Fast alle sind alle drei. Und alle meine Mitspieler fürs Mitmachen. Das ist echt krank. Wir drei hatten Weltrekord. Hatte Manu auch einen Weltrekord? Nee, du hattest keinen Weltrekord. Wer denn hier dran, Manu? Weltrekord ist ab 24. Nee, ich hatte, bei mir steht auch schon Weltrekord da. Und ich hatte noch unter 24. Oh nein, und jetzt kommt die Jamaika. Sorry. Nee, nee. Also tut mir leid, Zombie. Ja, Entschuldigung, Deutschland. Äh, ich stehe nicht mehr Deutschland aus. Tut mir leid. Oh, haben sie dich rausgeworfen. Das ist mir doch egal. Jamaika, Jamaika. Klingt aber nicht gleich bei Loosen. Versuch's erst gar nicht. Was? Deutschland. Die Jamaika klingt gut. Jamaika. Ist klasse. Irgendwann kann ich auch wieder zurück nach Deutschland. Genau, dann ist Jamaika wieder nichts mehr, ne? Doch. Mein Herz schlägt für beide Länder. Gott, jetzt kommt wieder eine Todessprintherpanie. Ja, nee. Ich lauf gar nicht jetzt los. Oh, ich hab früh verschlögert. Der Start schon wieder. Aua. Aua. Oh Gott. Mein Sprit ist gerade komplett durchgedreht. Ja, ja, meins auch. Nein. Aua. 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 Nur einmal gestolpert. Drei Goldmedaillen. Einmal Silber. Elf Punkte. Es ist unglaublich. Hier. Das hat Deutschland verpasst. Ja, müsst ihr gar nicht traurig gucken. Jamaika ist jetzt ganz oben. Okay, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, es war mal wieder eine Folge voller Emotionen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr Bock auf mehr habt, schaut unbedingt bei German Let's Play. Zombie und Maudado vorbei. Die sind alle drei ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Für die haben wir auch schon was aufgenommen. Habt jetzt alle noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss. Tschüss.